Phönix ist eine der Einzelkarten aus dem Trojaner-Head-On und stellt uns als Trojanern vier römische Garnisonen entgegen, die es zu vernichten gilt. Dabei sind unsere Startvorgaben auf zwei Positionen verteilt, die wir zuerst verbinden müssen. Der blaue Spieler ist uns am nächsten, stellt aber mit Abstand die kleinste Bedrohung dar. Theoretisch kann er nach 60 Minuten in den Angriff übergehen, tatsächlich dürfte er aber nur aktiv werden, wenn wir ihn angreifen. Es ist gut möglich, dass ihr blau noch vor Ablauf der anderen Schonfristen erobern könnt. Das solltet ihr dann auch tun, da ihr im Süden seiner Siedlung weiteres Gold findet. Unter Umständen solltet ihr aber etwaige Türme im Westen stehen lassen, damit ihr da nicht reinsiedelt. Falls euch nicht sicher seid, solltet ihr aber die ersten Angriffe der anderen KIs abwarten. Grün ist am weitesten entfernt und wird ebenfalls lange nicht produzieren, da die KI auf dieser Karte die vorgegebenen Soldaten-Nimmels halbwegs ernst nimmt und keinen zu großen Vorsprung zu euch aufbaut. Diese Siedlung wird euch auf normal frühestens nach 90 Minuten angreifen. Gelb kontrolliert die südwestliche Ecke der Karte und etabliert sich von vornherein als zweitstärkster Gegner, der aber erst nach 110 Minuten angreifen darf. Euer stärkster Gegner wird Lila sein, der den Nordwesten der Karte kontrolliert. Dafür kann er aber auch erst nach zwei Stunden angreifen. Und nein, ich weiß nicht, wieso Lila und Gelb mit Wagenbauern und Eselzuchten starten. Auf dem Hügel zwischen den Startschirmen gibt es ein üppiges Warenlager, das ihr auf keinen Fall liegen lassen solltet. Das Gold reicht locker für die ersten Level-3er und einen großen Tempel und allgemein kommt ihr mit diesen Waren dann locker auf oder über die Vorgaben, wie man sie aus HGHGs kennt. Kohle ist auf dieser Karte so ziemlich überall, wo kein anderer Rohstoff zu finden ist. Eisen muss man etwas mehr suchen, ist aber auch nicht schwer zu finden. Im westlichen Zipfel eures Startbergs findet ihr auch Stein. Gold ist als einziger Rohstoff relativ begrenzt, aber zwei bis drei Minen könnt ihr trotzdem von Anfang an unterbringen. Danach ist der Süden vom blauen Gebiet eine gute Adresse für mehr. Die einzige echte Schwierigkeit auf dieser Karte ist die Tatsache, dass ihr stark genug werden müsst, um eure Gegner nacheinander auszuschalten, ohne dabei eure Verteidigung vernachlässigen zu müssen. Zwei Mana-Produktionen reichen völlig, um euren Nahrungsbedarf zu decken und ihr habt Zeit ohne Ende. Bis die KI ihre Siedlung überhaupt verlässt, solltet ihr eine brauchbare Level-3-Truppe haben. Und Rucksack-Katapultisten snacken feindliche Schwertkämpfer sowieso weg. Zusätzlich haben die Römer ziemlich lange Wege, womit die KI nicht allzu geschickt umgeht. Da die Römer in ihrer Expansion eingeschränkt sind, könnt ihr auch an einem Ort eurer Wahl verteidigen. Die Landbrücke im Süden, der Weg zu grünem Norden oder der westliche Ausgang der blauen Siedlung, sobald ihr sie erobert habt, eignen sich alle als Orte für eine kleine Verteidigungsstellung, wo ihr die Angriffe eurer Gegner abfangen könnt. Diese Karte ist aber allgemein ziemlich entspannt. Auch vielleicht noch viel mehr. Das finde ich auch nicht schlimm, nervig wird es nur, weil ihr am Ende dann doch eigentlich nur von Turm zu Turm lauft, insbesondere in der Lillianen-Siedlung. Da ist die Karte vielleicht am Ende doch etwas groß für die anwesenden Spieler. Aber auf jeden Fall nichts, wo man einen Nervenzusammenbruch kriegen müsste, weil man Trojaner spielen muss.